Und doch, ihr habt da Aufträge für mich? Ich unterstütze, so unwahrscheinlich es klingen mag. Innerhalb der gesellschaftlichen Elite von Sanbrek finden sich auch solche, denen die barbarische Behandlung der Träger zutiefst missfällt. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Diese Stadt wird allein von ihren Trägern am Laufen gehalten. Dennoch gibt es viele, die ihre Sklaven hungern lassen. Nicht etwa aus Geldnot. Einfache Mahlzeiten kosten schließlich so gut wie nichts. Nein. Aus reiner Freude am Leid anderer. Es ist nichts als pure Grausamkeit. So abscheulich es auch ist, meine Landsleute würden sich eher ins eigene Fleisch schneiden, als den Hunger ihrer Träger zu stillen. Und meine kleinen Bemühungen, Rationen zu verteilen, sind trotz größter Vorsicht leider entdeckt worden. Was uns zu meiner Bitte führt. Dein Brandmahl eröffnet dir tatsächlich auch gewisse Möglichkeiten. Solche, die mir von großem Nutzen wären. Gut. Was genau soll ich tun? Ich danke dir. Eine einzelne Mahlzeit ist vielleicht nicht viel, aber den Trägern bedeutet es die Welt. Teil das hier an sie aus. Aber bleib unbeobachtet. Und beeil dich. Dann hier's quatschen auf. Was ich bereitstellen kann, soll dort ankommen, wo die Not am größten ist. Momentan ist sie das hier in der Garnison. Drei Träger. Überlastet und unterernährt. Ihnen ist nicht eine einzige Pause vergönnt. Hast du nicht gerade gesagt, ich soll mich beheilen? Ja. Es ist tragisch. Dann halt die Klappe, ey, und lass mich weiterziehen. Ich soll nicht aus der Ruhe bringen. Es gilt bereits als Widerstand gegen die kaiserliche Autorität, den Unterdrückten ein wenig Beistand zu leisten. Bitte übe dich in Diskretion. Nicht nur um unseretwillen. Auch für die Träger. Ach, und wenn es getan ist, sei doch so freundlich und gib einem der Mädchen der Madame Bescheid. Du wirst nicht bleiben. Ich fürchte nein. Man erwartet mich in der Hauptstadt. Allein mit diesem Gespräch habe ich schon viel riskiert. Hm, was ist die ja wohl? Der Fluch ist schon übersteckt. Sie sollen nicht auch noch hungern. Aber runter geht's. Jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Du hast sicher großen Hunger. Das hatte ich bitter nötig. Danke. Doch ich heb's mir erst mal auf. Ich will nicht erwischt werden. War es schon immer so schlimm? Ohne den Kämmerer wären ich und viele andere schon tot. Seit er uns hilft, geht es uns ein wenig besser. Das ist immerhin etwas. Ich bin jetzt hier. Nein. Immer noch wie ich es dich. Dann gehen wir wieder da. Hier ist etwas für dich. Hier ist etwas für dich. Vom Kämmerer? Ich danke dir. Du musst jetzt gehen. Schnell, bevor dich jemand sieht. Bitte. Träger, es gibt keine Pause. Die Esse soll glühen, verdammt. Und du? Wenn du eine Nachricht für mich hast, dann spuck sie aus. Wenn nicht, zurück an die Arbeit. Hier war er ja jetzt schon mal am Kopf kürzer gewesen. Der hat auch noch. Okay. Dann machen wir zuerst die anderen Dinge da. Und noch eins. Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den Stall. Wir haben das Recht, alle verbotenen gegen Rostoffein. Leckere Pflaumen! Die bringen jeden zum Staub! Ich warne dich. Trägern verkaufe ich nichts. Ob du zahlst oder nicht. Wo steckt dein Herr? Etienne schickt mich. Er hat einen eigenen Träger. Muss ja gut laufen bei ihm. Also gut, beeil dich, bevor die Wachen was merken. Das nimmt mir eine Last von den Schultern. Und das ist für Etienne. All das für Schnaps. Nicht so ein Fusel. Vom allerfeinsten, sorgfältig destilliert für meine besten Kunden. Oh, sagt dann eine. Bist du ihn sofort los. Versteck ihn gut. Hörst du? Wenn Etienne schmeckt, sag ihm, dass er mehr bekommen kann. Nicht umsonst. Natürlich. Natürlich. Ich mache keine Geschäfte mit Trägern. Nun, das ist äußerst schade. Ich habe ein Päckchen. Frisch vom Teller des Hausherrn. Ich kenne dich nicht. Wo steckt der Händler, Etienne? Irgendwo, wo ihn die Torwachen nicht wegen seiner Geschäfte behelligen. Schön. Gib mir die Ware und verschwinde. Das ist leichter als sonst. Träger, wenn ich rausfinde, dass du mich betrügst. Ich nehme es gern zurück. Das tust du sicher nicht. Dein Herr sollte dir die freche Zunge abschneiden. Wenn du jemand anderes... Problem ist, das Hausherrn bleibt auf keinen Kreis, ne? Du wirst in Ketten. Hier. Nimm das und geh mir aus den Augen. Zigarren. Diese Zigarren sind mehr wert als dein Leben. Sei vorsichtig. Guckst du nur oder kaufst du was? Mach da nicht nur, ne? Naja, doch. Oh, wie bekommen Sie diese Farbe? Hier gibt es nichts für deine Sorte, Träger. Verschwinde! Rüsten! Ich habe eine Lieferung von Etienne. Frisch vom Teller des Hausherrn. Normalerweise sollte man in der Nacht auch wieder vorbeikämen, jemand schlopfen und einfach quer über die Lätschen so einmal tätowieren. Das ist doch voll geil. Zumindest eine Weile. Entschuldige die Begrüßung. Nichts Persönliches. Warte kurz hier. Hier. Kannst Etienne sagen, ich stehe zu meinem Wort? Parfum. Rory Flams Bestes. Wie versprochen. Parfum, Zigarren und Schnaps. Da ist jemand anspruchsvoll. Die Frage ist, wofür bekommt man diesen Luxus? Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. So. Ist es fertig? Das reicht, verdammt. Geh mir aus den Augen. Naja. Nächstes Mal geht das gefährlich schneller. Hast du das verstanden? Hier. Das kannst du sicher brauchen. Äh. Das ist gut. Aber das ist gut. Gut. Ja. Dann haben wir das auch. trotzdem danke also ihm gegenüber mit der und das viel auf den höfen wird besser behandelt als die träger des kaiserreichs na gut ich sollte zum schleier sorry zum vergnügen jedenfalls nicht ich habe für den kamera essen verteilt hat er jemanden gefunden der ihm hilft besser ist es ich habe gehört dass seine freunde am hof in letzter zeit zu viele fragen stellen erst also wirklich ein kamera es gab eine zeit da galt er als der bedeutendste kunde des schleiers für uns mädels war eine art großzügiger onkel er war einer der wenigen hier die an der art wie das kaiserreich die träger behandelt anstoßnahmen selten für jemanden seines standards das dachte sich die madame auch ein kleiner schubs in die richtige richtung und schon wurde er zum schutzpatron der hungerleidenden von nordstedt wir haben zwar unseren onkel verloren aber wenn die träger dafür was zu essen bekommen beschweren wir uns nicht oder kaum freut mich zu hören das gibt einem ein klein wenig zuversicht oder zu wissen dass es menschen wie ihn gibt und menschen wie dich kein wunder dass die madame so von dir schwärmt ich mach mich lieber auf den weg boah fast zwei oder dreißtausend wenn es dann einige ist und schaust uns teilweise die sachen kursen kämen die tränen obi diri ah du bist zurück und nicht mit leeren händen entzückend madame wird zufrieden sein wenn du meinst wäre sie auch zufrieden wenn sie wüsste was du dafür eingetauscht hast du meinst die kristalle sprich es ruhig laut aus warum hast du es mir nicht gesagt einem ehrlichen menschen sind lügen wie fesseln an den fußgelenken ich konnte nicht riskieren dass du vor den wachen ins stolpern kommst schließlich kennen wir beide die strafe die auf den handel mit kristallen steht nö eigentlich nicht du hast nicht gewusst was für dich auf dem spiel stand und vermutlich ist genau deshalb auch alles glatt gegangen doch trotz dieses erheblichen risikos geben unsere freunde gerne ihre wertvollsten waren her um ein paar mickrige stückchen zu ergattern ich wusste nicht dass kristalle hier so rasend rar wie chocobo zähne daher gibt es selbst für die kleinsten splitter einen florierenden markt findest du es niederträchtig die bedürftigen auszunutzen ich glaube du tust was du glaubst tun zu müssen in der tat und ich denke madame sieht das genauso dein lohn für deine gute arbeit ich habe die ware die ich beschaffen sollte und die wachen sind ahnungslos ich danke dir auch unsere gemeinsame bekannte wird dir danken wenn sie davon erfährt du musst mal so noch was nö dann gehts mal weiter mit der hauptquest dann geht es dann geht es durch und dann geht es